hallo hallo jetzt willkommen zum neuen fortner job heute am dienstag den 1. november und wir gehen auch gleich in den shop hinein und wir haben erst mal killer kommando zurück okay haben wir sonst noch was straneter jonesie fischstäbchen das ist ja ein langweiliger shop soll ist das echt denn ernst nix neues nix altes so gar nichts ich bin etwas enttäuscht ich denke dir ernst zu sein dann gucken wir uns das aber an killer kommando das ist nach 34 tagen zurück hier einmal mit dem werk sein backlink die exitus äxte dann haben wir die reflex klingen und hier haben wir sirene mit backlink hier noch mal als einzeln hat ja zwei stile dann auch das ist ja das aber mit dem noir heißt das ok ja und dann haben wir hier die täglichen straneter jonesie ist nach 41 tagen zurück schlachtenstäbchen nach 33 tagen mit dem korallen kommando als backlink dann haben wir den knie klatscher der ist nach 47 tagen zurück geschmeidige moves nach 42 tagen und der tiefe depp ist nach 44 tagen zurück dann haben wir noch den ash williams black adam die regent morty sachen ein paar hellen skins und dann war es auch schon mit dem shop für heute und nicht vergessen morgen früh 9 uhr update zeit gibt es das neue update mal gucken ob da was neues drin ist hoffen wir mal das beste bis dahin wünsche euch eine schöne hellowee nacht und hallo bis zum nächsten mal euch ciao eure sam